Moment mal, habt ihr das gehört? Die Erfolgsserie geht weiter. Erleben Sie dramatische Familiengeschichten. Warum hast du es denn so eilig? Weil ich meine Tochter sehen muss. Er ist nicht dein Vater. Und gefährliche Rettungseinsätze. Beilen Sie sich schnell! Das schafft er nicht. Hallo, hier unten! Die Bergretter. Manchmal merkt man viel zu spät, was wirklich wichtig ist im Leben. Jeden Freitag um 20.15 Uhr. Das ist wirklich die schönste Zeit des Tages. Nur auf Heimatkanal. Hey, habt ihr mich gerufen?